Das war die Pixmix-Auszahl, das heißt das nächste Mal am 28. April 2010 haben wir das 40. Pixmix-Jumiläum. Kommt wieder, meldet euch an, ihr wisst, wo ihr uns findet. Ich tue euch jetzt schon nicht mehr länger nötigen, von wegen ihr müsst mitmachen, aber eben, wie ihr wisst, die Show hier kann wirklich nicht stattfinden, ohne dass ihr das Programm liefert. Kommt wieder. Tschüss. Jetzt... Tschüss. Also mir bleibt jetzt noch übrig zu verdanken, nämlich dass wir überhaupt hier...